Sie fragte sich, was macht das Leben so besonders? Warum passieren die Dinge, wie sie passieren? Wenn der Weg schon vorgeschrieben ist, kann ich ihn denn überhaupt ändern? Oder werden die Dinge automatisch geschehen? Was ist mein Weg? Was ist das Ziel? Was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Was ist das Ding?